hallo heute wird es wild bei uns wir machen zusammen eine dschungelkerze dafür habe ich im ersten schritt mit einem maßband gemessen wie lange denn mein grasband sein soll das am schluss um die kerze kommt und hier nochmal an der wachsplatte auch nachgemessen ob mir die reicht die hat jetzt in dem fall gereicht wenn die euch nicht reichen sollte dann könnt ihr das gerne auch einfach stückeln das ist gar kein thema und man sieht die übergänge auch wirklich kaum dann habe ich mir den tiger kopf mal hingehalten wie hoch ungefähr das gras sein sollte und dann einfach ganz grob angefangen einfach mit dem mit einer nadel das gras auszuschneiden also ihr könnt dafür eine dünne nadel verwenden oder ein cutter messer je nachdem was ihr da habt und ihr könntet euch jetzt da zum beispiel auch eine vorlage machen und anhand der das gras ausschneiden ich bin eher der typ ich mache das immer recht spontan ich überlege mir schon grob wie soll denn die kerze aussehen aber bevor ich dann immer lange mir das überlegt oder lange rum macht dann fange ich einfach an kommt manchmal spontane sachen dabei raus aber im großen und ganzen passt eigentlich auch immer ganz gut genau und dann schneide ich einfach bis zum ende der wachsplatte eben im zick zack das gras ausputzt zwischendurch die nadel an einem tuch ab damit die wachsreste die daran manchmal kleben bleiben wieder weg sind und macht es eben bis zum schluss durch genau und dann habe ich das jetzt erstmal noch mal auf die seite gelegt quasi das gras und im nächsten schritt mir monster blätter ausgeschnitten aus dem gleichen grün wie das gras da hatte ich mir vorher so eine vorlage gezeichnet und die ausgeschnitten auf einem dickeren papier das ist jetzt ein tonpapier und legt jetzt eben auf die grüne wachsplatte und kann die dann einfach gut ausschneiden also da könntet ihr dann wirklich das ausschneiden was ihr dafür braucht dass ihr zum beispiel für ein motto hat wenn jetzt irgendwas anderes macht oder eben ihr andere pflanzen nehmen wollte andere pflanzen blätter macht euch eine vorlage aus tonpapier und dann könnt ihr da einfach wunderbar entlang schneiden die kerze jetzt diese dschungel kerze die habe ich für meinen sohn gemacht der hatte jetzt seinen achten geburtstag und hat sich einen dschungel geburtstag für zu hause gewünscht leider kann man ja momentan nicht mit anderen kindern zusammen feiern und daher wollte ich ihm eben ganz ganz schönen geburtstag zu hause machen und diese wachsmotive die passen eben perfekt zu dem motto für die kerze habe ich dann auch unsere wachsverzierung das faultier hergenommen das wollte ich jetzt an einen baum hin hängen nachdem ja an der verzierung schon zum ast dran ist das habe ich mir jetzt einfach nur grob hingehalten in welcher höhe denn ungefähr das faultier hängen sollte und wie hoch der baum werden soll also wirklich ganz grob und zeichnet es jetzt da habe ich mir jetzt keine vorlage gemacht das habe ich jetzt einfach frei hand geschnitten könntet ihr natürlich auch eine vorlage machen wenn ihr euch da unsicher seid und dann den baum mit ein paar groben ästen ebenso ausgeschnitten mit dem cutter ob jetzt faultiere wirklich im dschungel leben das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht also wissenschaftlich belegt sind jetzt meine kerzen immer nicht das passt halt einfach so ganz grob eben dass man das faultier nimmt und den tiger und den panda bär ich glaube dass es kindern auch grundsätzlich ganz egal hauptsache es sieht ganz nett aus dann nehme ich den baum von der wachsplatte runter und mein tipp ist eben immer wenn ihr eben aus einfarbigen wachs sachen was ausschneidet dass ihr das einmal umdreht und dann quasi mit der rückseite auf die kerze klebt weil die seite dann einfach fusselfrei ist und meistens unbeschädigt und eben ganz sauber aussieht dann halte ich mir das jetzt noch mal hin ob es den grob so passt oder ob ich noch mal was ändern möchte und es ist auch eben ganz praktisch ihr könnt es bevor ihr das an die kerze anbringt erstmal hinhalten guckt euch das an passt es vom verhältnis her von der größe her und dann wenn ihr euch sicher seid dann klebt ihr das vorsichtig mit euren händen fest dann habe ich das faultier dann auch mit der handwärme ein bisschen weicher gemacht ihr merkt dann schon dass es sich dann immer besser biegen lässt und dann könnt ihr das dann einfach auf die kerze auch anbringen also ihr arbeitet da am besten bei raumtemperatur und mit den warmen händen da klappt es wirklich ganz ganz toll und ihr braucht keinen zusätzlichen kleber oder irgendwas sondern das klebt dann ganz von alleine auf der kerze genau dann guckt ihr einfach und dann wenn ihr sagt jetzt ist die richtige stelle dann drückt ihr das faultier ganz vorsichtig an die kerze hin bis sie klebt und da wir haben ja dann mein ast noch ein bisschen zu dick im verhältnis oder zu breit im verhältnis zu dem ast von dem faultier und habe ich eben ganz vorsichtig mit dem cutter messer dann noch mal da geschnitten ist natürlich immer die gefahr dass man die kerze etwas beschädigt da muss man wirklich nicht tief drücken sondern ganz leicht nur das weg machen genau da gucke ich jetzt mal wie passt denn das jetzt vom verhältnis noch die anderen beiden köpfe drauf wo sollen die ganz grob hin und als ich dann die stelle für den tiger gefunden hatte habe ich auch den mit meinen warmen händen ganz geschmeidig gemacht und dann könnt ihr den auch auf die kerze drauf kleben für den panda bär hatte ich mir überlegt dass vielleicht ganz nett wäre wenn das und monster blatt im hintergrund wäre deswegen habe ich mir jetzt noch eine hellgrüne wachsplatte ausgesucht und schneide jetzt mit der auch noch eine monster blatt aus ich verlinke euch die produkte die ich verwendet habe wieder in der infobox unten ich glaube das ist immer am einfachsten dass ihr seht was ihr dafür braucht und welche produkte ich dafür verwendet habe wenn beim ausschneiden da ebenso fransen weg stehen das ist immer gar kein problem ihr könnt es ganz vorsichtig mit den fingern reinklopfen das wachs ist ja sehr dünn und sehr weich da kann man das ganz wunderbar korrigieren und auch da halte ich mir das erstmal hin wo soll denn ungefähr das blatt sein bleibt bei dem einen blatt oder ich habe mir dann noch mal ein kleines monster blatt nochmal genommen ich hatte das mit dem dunkelgrünen wachs ja nochmal ausgeschnitten und dann wenn ich mir das hingelegt habe und mir sagt das gefällt es mir erst dann drücke ich es dann auch wirklich fest ich habe jetzt hier wieder eine weiße kerze verwendet ihr könnt ihr natürlich jetzt auch eine farbige kerze verwenden wenn ihr jetzt eine grüne habt oder so zum beispiel ich mag es immer ganz gern eher schlichter deswegen verwende ich auch gern immer einfach die weißen kerzen weil ich finde dann kommt das auch immer richtig gut zur wirkung aber auch farbige kerzen sehen da oft ganz ganz toll aus jetzt nehme ich mein grasband das habe ich jetzt ganz vorsichtig raus gelöst und habe geguckt wo habe ich denn eine graslücke dass der tiger da ein bisschen durchgucken kann und wenn ich dann wo ich dann die lücke gefunden habe da habe ich es dann vorsichtig drauf geklebt und da arbeitet ihr einfach ein bisschen langsamer klebt das stück für stück an die kerze und dann ist das wirklich gar kein problem ich lasse das hier natürlich im schnelldurchgang durchlaufen weil es sonst einfach ein viel zu langes video werden würde aber die schritte sind ja hier zu sehen eben langsam und mit geduld und dann klappt es ganz wunderbar genau da ist dann eben der übergang wo das band quasi wieder zusammen kommt und ihr seht das sieht man kaum was also das ist natürlich wenn man es weiß sieht man schon dass da ein strich ist aber das macht überhaupt gar nichts die wachsplatte ist eben ganz ganz dünn und dann fällt es wirklich kaum auf und so kleine korrekturen könnt ihr dann danach eben so wie ich jetzt hier mit dem cutter nochmal weg machen oder mit der nadel wie gesagt wirklich da ganz ganz vorsichtig arbeiten weil man dann leicht die kerze beschädigt oder wenn ihr jetzt an dem band irgendwie aus Versehen rein schneidet da müsst ihr halt wirklich gut gut aufpassen und dann die einzelnen Grashalme wieder vorsichtig dran kleben oder eben auch nochmal korrigieren das geht wirklich solange ihr das nicht ganz fest hingedrückt habt klappt das ganz wunderbar Nachdem die Kerze jetzt von allen Seiten was drauf hat habe ich jetzt auf mein Handtuch so ein Butterbrotpapier draufgelegt damit die Kerze keine Fussel bekommt und nicht so an dem Tuch klebt und da hat der Baumstamm unten raus geguckt das habe ich jetzt auch direkt auf der Kerze einfach vorsichtig abgeschnitten Der Baum war mir so noch ein bisschen zu nackig da habe ich jetzt aus der hellgrünen und dann auch aus der dunkelgrünen Wachsplatte ganz freihand ein paar Blätter ausgeschnitten und die klebe ich dann auf den Baum noch So sieht dann die fertige Kerze aus ich zeige es euch jetzt eben einmal noch im Video so gedreht damit ihr die Kerze wirklich von allen Seiten einmal sehen könnt Sieht man ja dann doch immer besser als wie auf den Fotos Ich hoffe die Kerze gefällt euch und ihr macht vielleicht auch mal eine Dschungelkerze Ich würde mich sehr freuen wenn ihr Fragen Anregungen oder Hilfe braucht dann schreibt uns gerne in die Kommentare wir helfen euch weiter bis zum nächsten mal